So Leute, cool, dass ihr eingeschaltet habt. Wir müssen mal ganz kurz das Handy noch aufs Sturm machen. Was geht ab, Leute? Cool, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Philipp Baum und hier auf meinen Social Media Kanälen, eigentlich nicht hier auf der Couch, aber auf meinen Social Media Kanälen, das heißt Facebook, YouTube, Instagram, beschäftige ich mich ausschließlich mit dem Thema Zunehmen. Warum mache ich das Video heute hier und jetzt und jetzt auf der Couch und was weiß ich was? Weil ich heute einen mega coolen Karton bekommen habe und da habe ich bis jetzt noch nicht reingeguckt. Was ist da drin? Da ist mein neues Buch drin für euch. Da sind genau 100 Exemplare vom neuen Buch drin, welches ich dann an euch verschenken werde am Mittwoch. Ja, eigentlich wollte ich gar nicht geplant, dass ich mich überhaupt anziehe. Ich habe jetzt eine normale Hose an und ein vernünftiges T-Shirt. Ich habe mich eigentlich heute frei und wollte den Tag heute eigentlich dazu nutzen, ein bisschen was für die Uni zu lernen, ein paar Webseiten zu bauen und vielleicht noch ein paar Bilder zu knipsen. Und der Karton sollte eigentlich gestern schon kommen, dann wollte ich das Video eigentlich am Sonntag erst machen. Aber ich habe irgendwie das Bedürfnis, da jetzt mal reinzugucken. Ich will mein eigenes Buch auch endlich mal sehen, vor allem weil es ja das Problem mit der Farbe gab, dass da die Farbrauen ein bisschen verschieden waren. Und deswegen hoffe ich, ich hoffe so inständig, dass das Buch trotzdem schön ist und trotzdem okay ist. Und ich will da jetzt einfach mal reingucken. Ich habe gedacht, ich nehme euch einfach mit, dann könnt ihr meine Live-Reaktion mal sehen. Ich kann euch zeigen, der Karton ist schweineschwer, 16 Kilo und ist bis jetzt noch nicht offen gewesen. Ich habe gedacht, wir gucken einfach mal zusammen rein. Und ganz, ganz wichtig, ich habe eine Webseite eingerichtet, also noch nicht, aber wenn ihr das Video seht am Sonntag, unten drunter die erste Seite, könnt ihr einfach mal draufklicken. Da könnt ihr euch anmelden, falls ihr vorzeitig schon an das Buch drankommen wollt. Denn ich habe mir so überlegt, die Leute, die ein bisschen vorheilig sind oder vielleicht ein bisschen mehr Bock haben als andere Leute, die sollen noch eine höhere Chance bekommen, dass nur eins da ist für sie, weil wir, wie gesagt, nur diesen Karton, nur 100 Stück haben in der ersten Auflage. Und deshalb habe ich dann eine Seite angerichtet, da könnt ihr euch anmelden und bekommt vier Stunden vorher Bescheid. Das heißt, Dienstag um 8 Uhr bekommt ihr schon den Link geschickt zur Webseite und könnt euch das schon vier Stunden vor allen anderen sichern. Ich hoffe dann bloß, dass irgendwie am Mittwoch noch welche da sind, weil am Mittwoch habe ich ja Geburtstag. Ja, ich habe schon ein kleines Messer vorbereitet und damit schneiden wir den Karton jetzt einfach mal auf und gucken da gemeinsam rein. Da ist noch was drunter, Leute. Ah ne, das ist mit dem Karton. Erste Seite, zweite Seite. Oh Leute, ich weiß nicht, ob irgendwas abgedeckt ist. Verarscht. Ich wusste es halt, wie gesagt, nicht. Hier sind nochmal so einzelne Kartons drin. Aber das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Dann schnappen wir uns einen Karton da. Leute, das ist Schweine schwer. Karton davon mal, legen dann auf meine Beine und den können wir so lange auf Seite schieben. Schätze mal, dass dann hier genau 33 Stück drin sein müssen. Leute, jetzt kommt der Moment und ich hoffe, dass es halbwegs scharf ist. Ich habe den Autofokus ausgemacht. Jetzt kommt der Moment, soll ich euch das zuerst zeigen? Wir ziehen jetzt einfach mal den Deckel davon ab und schauen rein, wie das aussieht. Und ich gucke erst nach euch. Ihr habt jetzt das erste Mal die Chance da rein zu gucken, okay? Ich bin echt aufgeregt. Ja, Leute, schon wieder verarscht. Was ist das denn? Das ist ja ein Karton nach dem anderen. Ja, ich habe es schon gesehen. Hier ist nämlich ganz viel Füllmaterial drin, was ich ein bisschen schade finde. Und da drunter, Leute. Tada! Wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn, Leute? Ja, klar, die Farben sind ein bisschen dunkler geworden, aber man kann alles lesen, wo ich echt Angst vor hatte. Und der Buchrücken ist, wie gesagt, so geblieben, wie er war. Leute, wie geil ist denn das bitte? Mein eigenes Workbook zum Thema zunehmen, Leute. Die 31 Tage Zunehmen Challenge in einem Monat ohne Kalorien zählen bis zu 5,3 Kilogramm zunehmen, Leute. Und das funktioniert wirklich. Und zwar ist das ein Ergebnis von Angelin gewesen. Und ich schätze mal, dass die Angelin heute schon ein Exemplar zugeschickt bekommt. Ey, Leute, ich freue mich gerade mega. Es ist dünner, als ich es mir vorgestellt habe. Wir haben halt nur 92 Seiten. Und komm, wir packen einfach mal eins zusammen aus und gucken da mal rein. Zack. Ist das cool, Leute. Ist das cool, Leute. Ey, ich freue mich gerade so übertrieben. Und die... Alter, ist das cool. Und die Bilder drin. Also ich merke gerade, wir können die Schrift beim nächsten Mal ein bisschen kleiner wählen. Aber das ist ja alles noch Sachen, die man so ein bisschen angleichen kann, ne? Ey, wie geil. Guckt euch das mal an. Wir haben hier noch Tabellen drin, wo ihr dann einfach so mit was eintragen könnt. Wie cool ist das denn bitte? Wie geil ist denn das bitte? Es hat sich gelohnt. Die Arbeit hat sich gelohnt. Wirklich, Leute. Ich bin so zufrieden. Ihr seht, also ich wollte euch eigentlich nochmal einen Einblick gewähren. Jetzt gucke ich schon die ganze Zeit alleine rein. Wir haben hier ein paar... Ein Inhaltsverzeichnis, was ein paar Seiten tatsächlich lang ist. Und dann fängt es an. Die Challenge deines Lebens. Ich bin so gespannt, wie es euch gefallen wird. Wie ihr das umsetzen könnt. Und wie wir zusammen an eurem Ziel arbeiten werden. Ich bin so glücklich, dass das alles funktioniert hat. Und Leute, ich freue mich extrem. Der Umschlag ist auch okay. Wirklich völlig in Ordnung. Die Farben sind ein bisschen dunkler. Das habe ich mir aber schon gedacht. Und beim nächsten Mal habe ich mir überlegt, werden wir das auch zusammen vielleicht noch ein bisschen überarbeiten. Wir werden da so ein bisschen zusammen noch dann angleichen. Wie gesagt, haben wir jetzt genau 100 Exemplare davon. Ist das nicht total geil? Ist... Ey Leute, ich freue mich gerade so sehr. Es ist unfassbar. Wie eben schon gesagt, findet ihr unterhalb die Möglichkeit, euch schon vorher einzutragen. Dann bekommt ihr schon vorher die Möglichkeit, vier Stunden vor allen anderen euch ein Exemplar quasi vorzubestellen. Und am Mittwoch, am 16.01.2019, an dem Datum, wo ich 22 Jahre alt werde, werde ich dieses Buchlaunchen an euch rausschicken, sodass ihr auch endlich etwas tun könnt, und dass ihr an euren Zielen arbeiten könnt und endlich Vollgas geben könnt. Ich bin unglaublich glücklich und ich glaube, dieses Video ist schon fast lang genug, um euch ein bisschen was zu zeigen. Wie gesagt, wir haben 100 Exemplare. Das sind 92 Seiten. Gebündeltes Wissen. Zunehmend Challenge. Das heißt, wir machen 31 Tage lang, geben wir Vollgas zusammen, arbeiten an eurem Ziel mit den einfachsten Mitteln. Mit den einfachsten Mitteln gucken wir, dass wir euch ans Ziel bringen. Und mir fehlen echt die Worte. Ich bin unfassbar glücklich. Liebe Grüße an euch da draußen. Ich mache jetzt gleich noch eine flottende Instagram-Story. Falls ihr mir da noch nicht folgt, könnt ihr mir da auch mal flott folgen. Wir sehen uns Mittwoch wieder. Schaltet Mittwoch nochmal ein. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann jetzt den Kanal abonnieren und Instagram abonnieren. Und dann sehen wir uns Mittwoch zum Launch. Und wenn du vorher schon Bock drauf hast, dann sehen wir uns schon Dienstag. Bis dahin. Mach's gut. Ciao.